So, das ist schon drin, ne? Ich drehe doch nicht. Doch. Das ist jetzt noch nichts, das ist noch ein bisschen Abdruck. Warum? Was? Ich weiß, wo hinkommt. Es wird ganz schön eng hier mit deinem Rohr. Wieso? Acht Millimeter ist doch noch viel. Naja, aber du hast bloß ein bisschen Platz hier hinten. Gibt's da hinten? Das hat da nicht gezogen. Das wird lustig. Geht näher dein Bein. Na ja, klar, kannst du reinkneisen. Warte, ja? Mhm. Mhm. Krasse Katze, Alter. Ah, ich höre da nicht. Oh, ich riebe noch. Das fällt an, wie so schön. Oh, sieht aus wie so ein Stück Tablette, was da so drin liegt. Oh, guck. Ist vorbei. Ey, das läuft. Kannst du das mal weg, bitte? Nee. Ja, ich bin böse. Das Schlimmste habe ich hinter mir, ja? Ja. Ah, das Drucker nicht, das Schlimmste. Fett, Fett. Fett, Fett. Fett, Fett. Fett, Fett. Fett, Fett.